Welchen Betrag dürfte mir zahlen, um mir diese Erfahrung wieder wegzunehmen? Eigentlich unbezahlbar. Sprich, ich würde da kein Geld für nehmen, weil es doch jetzt schon eine spürbar höhere Lebensqualität ist und die ist nicht bezahlbar. Also das Geschäft mache ich nicht. Hätte ich gewusst, was auf mich zukommt, hätte ich ja eigentlich alle Menschen, die mir wirklich am Herzen liegen, mitgebracht. Wirklich, weil es wirklich, wenn man die Chance für sich annimmt, das ist ganz wichtig, man für sich selber einen richtig großen Schritt nach vorne machen kann. Also man kann extrem viel gewinnen. Ich kann das schwer beschreiben, aber an positiven Gefühlen, an Emotionen, was sich dann natürlich widerspiegelt an positiver Lebensqualität. Und das ist etwas, was ich den Menschen, die mir wichtig sind, die ich gern und lieb habe, natürlich auch gönne. Wenn ich daran denke, über welche Sachen mich Sonntag bei der Anreise oder auch Montag am ersten Tag noch geärgert habe, die ich jetzt mittlerweile als Banalitäten abtue und mir sage, da lohnt es sich nicht, auch nur eine Minute Zeit zu investieren, dann kann ich das vielleicht nicht fest in Jahren aussagen, aber es ist sicherlich einiges. Einiges an positiver Zeit, die man auf jeden Fall für sich selber nutzen kann, wo man sonst sich vorher vielleicht schlechte Gedanken gemacht hätte oder sich über unnetze Sachen aufgeregt hätte. Ich glaube, für einen Großteil der Lehrer wäre es ein riesengroßer, massiver Sprung nach vorne. Also auch gerade die Lehrer, die vielleicht auch von den Schülern untergebuttert werden, die sich vielleicht nicht so wehren können wie einige andere Lehrer, dass die sich einfach wieder ein ganzes Stück Gelassenheit, Selbstbewusstsein und dadurch natürlich auch Lebensqualität wiederholen. Also ich glaube, da können die massiv von profitieren. Ich hätte nie damit gerechnet, dass es in der Gruppe so eine Gruppendynamik gibt, so einen Zusammenhalt, so ein, ja, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber so ein Zusammenhalt, ein Mitfühlen, ein Freuen für den anderen, das hätte ich so nicht gedacht, weil wir am Montag großen Teils ja alle noch Fremde waren. Und das ist extrem schnell sehr fest zusammengewachsen. Damit hätte ich nicht gerechnet. Also das war schon zum Teil sehr bewegend. Die Arbeit mit Dr. Preetz ist anstrengend. Anstrengend für mich gewesen, sowohl psychisch als auch physisch. Aber man merkt richtig, wie es dann in einem arbeitet, dass da was losgetreten wird und man, oder abschließend kann man eigentlich sagen, ohne Fleiß kein Preis. Wobei man klar sagen muss, in diesem Falle den Preis, den man bekommt. Und der ist sehr groß. Ich hätte nie gedacht, für mich selber, dass der Telefonhörer beim Telefonieren, beim Anrufen von Kunden, auch von Kaltkunden oder Kalterquise, dass der Telefonhörer für mich gefühlt mal so leicht wird. Also gefühlt leicht. Dass er nicht mehr mit Stacheldraht umwickelt ist, sondern dass man wirklich wie selbstverständlich zum Telefonhörer greift, als wenn ich meinen besten Freund oder meine Mutter anrufe oder sowas. Weil es eine Unbeschwertheit gibt, die ich so vorher nicht kannte. Und ja, es ist so, dass ich mir mittlerweile auch nicht mehr so viele Gedanken mache über Konsequenzen, ob ich vielleicht jemandem auf die Füße trete, sondern in diesem Bereich, ich sag mal, ein bisschen egoistischer geworden bin. Ein bisschen mehr auch auf mich achte, ohne dass ich jetzt meine moralischen Vorstellungen da jetzt mit über Bord geworden habe. Ich kann den Verkäufern hier im Lande eigentlich nur mit auf den Weg geben, sich eine Woche vom Zero to Hero mit Dr. Preetz zu gönnen. Die Fortschritte für sich selber in Anspruch zu nehmen und danach wirklich glücklicher zu leben, mehr Lebensqualität zu haben, mehr Spaß am Beruf zu haben. Vielleicht auch den eigenen Winkel des Lebens vielleicht ein bisschen größer zu stellen und einfach bewusster zu leben, das Leben mehr zu genießen. Also das ist, glaube ich, die Quintessenz dieser Woche für alle Kursteilnehmer. Und das sollte jeder nutzen, der es kann. Zwei, drei Worte, mit denen ich Dr. Preetz beschreibe. Erstmal phänomenal. Anhand der Eindrücke, die ich diese Woche bekommen habe. Phänomenal. Nicht nur an meiner Person, sondern auch an den anderen Kursteilnehmern. Was mich beeindruckt hat, ist eine gefühlte unendliche Kompetenz und das Einfühlungsvermögen, mit dem man wirklich auch auf die Probleme der einzelnen Menschen eingeht. Also es hat mich wirklich auch nachhaltig beeindruckt, wie Dr. Preetz das gemacht hat.